Schönen guten Tag! In diesem Video präsentiert der Haffi uns eine wunderschöne Base und eine Neuerung, die ich so noch nie im Spiel gesehen habe. Und ich wette mit euch, viele von euch auch nicht. Und da muss ich ein paar Infos von euch auch bekommen in den Kommentaren, ob es davon noch mehr im Spiel gibt. So, aber erstmal schauen wir uns diesen wunderschönen Blick aus diesem Haus hier raus an. Das ist wirklich fantastisch. Also wenn man jetzt mal hier rüber guckt, wie schön das Ganze aufgebaut ist. In so einem leichten Flair von Bruchtal aus Herr der Ringe. Aber wichtig, nicht nachgebaut, nur so ein bisschen inspiriert. Wir gehen jetzt einmal kurz direkt auf die Neuheit ein. Und danach beginnen wir mit der Base-Tour. Denn das ist wirklich, also das verändert das gesamte Ambiente im Spiel, meiner Meinung nach. Also stellt euch, jetzt hört euch mal akustisch an, was passiert, wenn ich diesen Raum betrete. Hört einfach mal hin. So, wir haben durch Betreten des Raums eine Musikänderung hervorgerufen, die getriggert wird durch die Blöcke. Ja, wir haben hier den Brunnenblock. Und der Brunnenblock aktiviert Ambiente-Musik. Und jetzt mal eine Frage an euch, meine Lieben. Gibt es das auch bei anderen Blöcken? Also haben wir irgendwelche Blöcke, die noch Musik triggern, außer der Brunnenblock? Das war mir noch nicht bekannt. Es ist wirklich spannend. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, nach ein paar Sekunden hört der ganze Spuk wieder auf. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Sieh mal eben hier das Hemd wieder richtig an. So, und jetzt hört ihr, die Musik hört wieder auf. Wirklich Wahnsinn, ne? Also das war eine komplette Neuheit für mich. Finde ich ganz, ganz spannend. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob es noch andere Blöcke gibt, bei denen euch das aufgefallen ist. Mir ist keiner bekannt, ja? Aber wenn da noch mehr von reinkommt, kann man damit, wenn man Blöcke in den Wänden irgendwo versteckt oder so, wenn sie jetzt nicht ins Bild passen sollten, auch so ein bisschen das, ja, das Ambiente im Spiel verändern. Ja? So. Aber jetzt beginnen wir einmal mit dem Base-Rundgang. So, und wir beginnen erstmal mit dem kleinen Häuschen hier hinten. Hier wohnt die Jägerin. Es ist alles ein bisschen, ja, verwilderter. Ne? Hier so Steine als Treppen schön mit in den Berg eingelassen. Es wurde darauf geachtet, die Natur nicht zu sehr zu terraformen. Das Haus auch eher spartanisch eingerichtet. Aber sehr schön, wie ich finde, ne? Kleine Kisten überall. Überall so kleine Details. Auch hier schön gelöst mit dem Lagerfeuer. So, und hier oben. Schöner kleiner Schlafraum. Alles sehr, sehr klein, aber stilvoll gehalten und auch nicht zu voll gestellt. Meiner Meinung nach wirklich sehr schön. Und dieser Ausblick, hier wurde immer darauf geachtet. Guck mal, seht mal, hier links haben wir einen Baum und hier rechts haben wir einen Baum, ja? Und zwischendurch, beim Pflanzen, wurde immer darauf geachtet, dass man einen schönen Blick hat. Und das ist, finde ich, sehr gut gelungen. Auch im Hintergrund die Berge mit der Burg da oben drauf, ne? Macht schon wirklich was her. So, ja, und hier ist die Jägerin bei ihrem Handwerk. Alles, was irgendwie Gerüche bei der Arbeit hier so erzeugt. So ein Feuer und was weiß ich wohl so ein bisschen ausgelagert, ne? Die Felle. Hier hinten haben wir so ein, ja, Feld, was noch den Berghang runterwächst. Sehr, sehr schön. So, und wenn wir jetzt mal hier runterlaufen, kommen wir rein in den Innenhof. Habt ihr ja gerade schon gesehen, aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal genauer an. In der Mitte ein kleiner See oder Teich. Und wir laufen hier hoch, gucken uns so ein bisschen um. Ich finde, es ist sehr schön, weil wir hier so schön eingefasst sind, auch durch die, durch die, durch den Zaun oder durch die Mauer. Aber durch die Schlitze, die es hat, wirkt es nicht so massiv und dadurch hat es so einen offenen, leichten Flair, ne? Und durch die ganzen vielen Türmchen sieht das Ganze auch nicht so blockartig aus, ne? Sondern auch so ein bisschen belebter, angepasst an den Berg. Sehr schön, wie ich finde. Ja, auch eine gute Lösung für die Brunnen, ne? Wenn wir mal so gucken. Wir haben immer so, ja, so, so, so Kasten, sag ich mal, oder so, so, so Kreise, in denen eine Vielzahl an Pflanzen gepflanzt wurde. Und die wiederholen sich immer wieder, ne? Also, es hat immer ein stimmiges Bild. Es ist nie überladen mit einer Art von Pflanzen. Sondern so ein bisschen Wildbewuchs, aber trotzdem schon geplant alles, ne? Also, das ist, macht was her, finde ich. Finde ich gut, ne? So, und jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen ein auf den Blickwinkel. Also, hier wurde wirklich beim Pflanzen der Bäume darauf geachtet. Wenn wir hier stehen, ne? Dann haben wir einen schönen Blick auf das Haus, ja? Hier der Baum im Bild, aber das Haus wird super dargestellt. Wenn wir hier hinschauen, hinten auf den Pavillon, schön durch die Bäume durch. Also, hier wurde viel mit Blickwinkel, ne? Hier gucken wir hinten auf die Schmiede, da gehen wir gleich drauf ein. Und so weiter. Wirklich schön. Bevor wir ins Haupthaus gehen, biegen wir einmal links ab, ja? So. Hier links hat er gesagt, hat er sich so ein bisschen an die Toskana gehalten. Da sind wohl auch oft so Blumentöpfe mit so ein bisschen, ja, Blumen, die überall rumstehen. Auch mal auf den Tischen und auf den Böden, ne? Also, dass es da wohl immer öfter gibt. Diesen Stil hat er hier verwendet. Schauen wir uns in Ruhe an, den Raum. Sehr schön, wie ich finde. Genau, hier kann die Bäuerin ihr Werk verrichten. Und hier hinten haben wir Felder. Auch finde ich sehr schön, dass sie nicht so, ja, quadratisch praktisch gut angerichtet sind, sondern so ein bisschen in die Natur angepasst. Man findet überall ein paar verschiedene Pflanzen, die man abernten kann. Alles in allem wirklich sehr stimmig und auch schön an die Natur angepasst, ne? Also, muss man wirklich sagen, hier hinten mit den einfachen Zäunen eingefasst, noch ein bisschen Weizen. Und wenn wir uns hier hoch bewegen, auch wieder schön mit einem Block Platz gelassen, dass es so ein bisschen sich an die Struktur des Berges anpasst, die Treppe. Hier oben der Pavillon mit ein bisschen Ausblick. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zum großen Haus. So, wenn wir das große Haus hier mal betreten, kommen wir direkt in den großen Essenssaal. Hier finde ich schön, dass die Decken an den Seiten abgehangen wurden. Es wurde nicht ganz zugemacht, ne? Also, die Lichter hängen von ganz oben runter. Aber durch diese halbe Abhängung, die wir hier haben, wirkt der Raum doch ein bisschen kleiner und nicht so groß und nicht so leer. Nicht so wie so eine Sporthalle, wo ewig Platz bis zur Decke ist, sondern so ein bisschen, ja, gestauchter und wohnlicher, ne? Hier oben fürs Königspaar. Auch hier finden wir die ganzen kleinen Töpfe wieder. Hier aber auf schöneren Tischen, ne? Weil wir uns natürlich hier in einem edlen Bereich finden, wiederfinden. So, wenn wir uns hierhin bewegen, hier hat der Schreiner ein kleines Kämmerchen. Hier darf der arbeiten. Das ist auch wirklich klasse, ne? Und hier auch wieder drauf geachtet, wenn wir draußen stehen. Hier sind die einfachen Bänke verwendet worden für die ganzen Töpfe. Weil die sind ja dem Wetter ausgesetzt, ne? Das ist der Hintergrund. Da wurde drauf geachtet. So, und hier sind wir beim Schmied. Hier kann der sein Handwerk verrichten. Schön, dass hier auch Steinboden gelegt wurde. Das ist immer wichtig für mich, finde ich. Weil jemand, der mit so heißem Material arbeitet, der will ja nicht, dass das Ganze aufs Holz fällt. Hier ist der Alchemist am Arbeiten. Und der Alchemist ist über die Pilzfarm der Herr. Finde ich schön, dass es in den Berg gelegt wurde. Passt ja auch ein bisschen. So, Schatten, ne? Ja, hier draußen die ganzen Öfen. Gut, dass sie nicht im Haus liegen, ne? Bei der ganzen Rauch- und Qualmproduktion. Die davon ausgeht. Und hier haben wir nochmal einen schönen Überblick nach draußen. Auch eingefasst hier schön in den Blumentöpfen. Gute Idee, wirklich. So, dann bewegen wir uns einmal zurück ins große Haus. Denn es gibt noch einen anderen Weg. Und zwar können wir von hier links abbiegen. Hier schauen wir uns jetzt ein bisschen um. Hier ist die Küche für den Festsaal. Hier wird das Essen produziert für all die Gäste, die dort kommen. Hier ist ein Lager. So ein bisschen, ähm, ja, eingebaut. Haffi sagte mir, dass er den Stil der Kisten nicht so schön findet. Aber sie müssen natürlich nutzbar sein. Deswegen ohne kommt er natürlich auch nicht aus. Hier das Treppenhaus. Hier hat er noch so Kanten an der Seite eingebaut, damit es auch nicht so blockartig wirkt. Das Geländer hier gebaut aus, äh, Dachziegeln, ne? Der Handlauf. Ja, und hier oben kommen wir in dem Wohnbereich an, ne? Ist so eine offene Küche. Hier ist der Essensbereich. Hier ist der Küchenbereich, ne? Mit so einem freistehenden Küchenblock. Sehr schön. Hätte ich auch gerne. Und, äh, hier ist das Badezimmer. Solange wir noch kein Wasser haben, ist das Wasser natürlich so gelöst. Finde ich vollkommen in Ordnung. Sieht schön aus, ne? So. Und dann hier noch eine kleine Leseecke mit Büchern. Und dann bewegen wir uns mal nach hier oben durch. Ja. Und hier oben haben wir das Schlafzimmer. Schön großes Bett eingefasst, ne? Kann man hochlaufen. Herrlich. Ja, ist alles sehr schön gelöst. Auch ich finde, dass überall diese Pflanzen wiederfindbar sind. Und die machen schon einiges mit den Räumen, ne? Ich habe bei mir zu Hause nur Plastikpflanzen bei Zelzkeim. Ja. Und hier draußen auf dem Balkon haben wir auch nochmal einen schönen Ausblick über das Ganze, ne? Sehr schön. Eine Basis, die man sich wirklich gut angucken kann. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare einmal natürlich, was ihr hier drüber denkt. Und es wurde sich gewünscht, dass ich doch mal zeige, wo die Basen sind, die ich so zeige. Und wir befinden uns hier. Hier ist die Hochweidenwarte ein bisschen nördlich und dann östlich, ja? Hier ist das Zuhause Stufe 4 aufgebaut. Genau. Hier sind wir schön in die Natur eingebaut. Wenig geteraformt. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, sagt mir mal bitte, ob ihr das mit diesem Sound wusstet und ob es noch andere Blöcke gibt. Weil guck mal, auch jetzt wieder getriggert, der düstere Sound startet. Hier hat der düstere NPC seinen Raum gefunden, ne? War mir komplett neu. Ich war komplett geflasht, als ich das gesehen habe. Ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Ja, meine Lieben, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Wenn ihr auch eure Basement präsentieren wollt, dann kommt auf meinen Discord. Und dort könnt ihr die einreichen. Ich kann natürlich nicht alle präsentieren, dafür sind es zu viele. Aber so schöne Schmuckstückchen wie hier nehme ich natürlich mit Hafi. Vielen, vielen Dank fürs Einreichen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße und bis dann. Wir sehen uns, ä Hr порochen. É. Ich wünsche euch, äh, es das Hủy, bei dir geht's am avoin. Ich wünsche euch, äh, es ist wirklich noch nicht eine Verzėm. Was fünigt hat euch, äh? Aus er forum zu uns. Biggeräusche